Der Verschirm Nachdenken Star Wars Jan R pasando Hi Leute, ich ist Pittius Hier ist mein Aufzug, Mann, das ganze Wort, Mama, aber das Problem, Alarm geht gar nicht. Und wenn ich sage, ich sage, was passiert dann, wenn ich stecken bleibe? Alarm muss doch gehen, man muss rein, es ist nicht umgekehrt. Es ist heiß, oh mein Gott. Schöne Aussicht. Schöne hier. Hier ist richtig schön, Fynnisch. Hier ist richtig schön. Oh, es ist echt heiß hier. Aufzug. Schacht, Sturm. Alter, 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 auf, sie muss da mit Alarm doch gehen. Es kann nicht sein, dass mit Alarm geht, ey. Na, Schatz. Alter, 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 ich bin ja nicht weg stecken geblieben. Das war nicht alles. Ich habe nur zu tun, dass ich das nur tun, dass stecken geblieben wäre. Das nicht. Also, ich brauche alles, ich sage, was ich mache, das ist ein bisschen scherz. Warum geht es scheiße? Ah, ich habe Kraft getrückt in der Wind. Wieso, warum geht das nicht, ey? Das war nicht. Wow, ich hab's nicht gerät. Oh mein Gott. Zur Ensemble. Oh, sagt es nicht. Keine Ecodisc. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.